Willkommen im Shizuin! Heute ein kleines extra Anteaser Video, weil ich nicht in dem Video sage Willkommen zu eurem Shizuin, deswegen wollte ich das gerne vorher einmal gemacht haben. Wir haben Oktober und das heißt ein Monat voller Creative Make-up, Special Facts, Bodypainting steht uns bevor und dieses Jahr ganz ein Zeichen der Sternzeichen. Auf TikTok waren ja echt überall Sternzeichen überall und auf YouTube ist es mittlerweile auch angekommen. Wer mir auf TikTok folgt, der Shizublan, hat wahrscheinlich die Looks schon gesehen und parallel kommen sie jetzt auch auf Instagram online, also falls es euch interessiert wie die Sachen aussehen, bleibt gespannt und dann gibt es jetzt nach und nach, beginnt mit der Waage, weil wir im Oktober sind und ich auch eine Waage bin und dann gibt es tatsächlich im Oktober alle zwölf Sternzeichen. Wie gesagt, beginnt mit der Waage und dann einfach durch Skorpionen und so weiter und so fort. Dann hoffe ich natürlich, dass euch die Idee gefällt und dass euch die ganzen Looks gefallen und dann sehen wir uns bald schon beim ersten Sternzeichen. Bis dahin, macht's gut!